... Ey Mann, jetzt sei mal nicht so aggressiv, du. Sieht doch alles gar nicht so schlecht aus. Kennt ihr das? Wenn Hertha mal wieder richtig scheiße gespielt hat, Mann. Und ihr habt deswegen acht bis zehn Lüten getrunken. Was hilft ihr da am nächsten Tag? Die Seelenmassage mit Dennis. Und Flo bei der Strickloser. Haha. Denn so ist es. So schlimm ist es gar nicht. Doch, doch. Nun sei nicht traurig. Es wird auch wieder besser. Aber sie machen doch auch viel Gutes. Wir haben ja auch nicht Pech. Naja. Aber das Potenzial der Mannschaft ist deutlich erkennbar. Mannschaftsaufstellung, derbe geile Experten-Talks und Tipps des nächsten Spieltags. Trash und Insights von der Mannschaft. Und natürlich Dennis die geile Sau. Mit seinem unfassbar netten Preisausschreiben. Alles. Jeden Dienstag. Nur hier. Bei der. Drecklos. Drecklos. Hallo ihr Säufer. Ah. Erstmal ein Orgel-Solo. Drecklos. 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 Und wer ruft denn jetzt an um die Uhrzeit? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Los. Da kann ich gerade nicht rangehen. Sorry. Ehm. Leute. Was geht? Mal wieder von zu Hause? Ja. Es hat mich schon wieder erwischt, Leute. Ihr werdet es nicht fassen. Das RSV-Virus hat mich dahingestreckt. Oder halt nicht dahingestreckt, sondern erst meine Kinder. Aber ich bin positiv getestet. Verdammte Scheiße, Alter. Muss denn jede Scheiß-Kinderkacke auf mich raufspringen? Nach dieser Lungenentzündung im Dezember habe ich jetzt so eine Scheiße, so ein respiratorisches Fuck-Virus, was auch schön auf die Bronchien geht. Also ich denke jetzt gerade, vielleicht ist das so ein Video, wo ihr sagt, ach Mensch, da war er noch und zwei Tage später war er tot. Ich hoffe nicht, aber deswegen noch schnell eine Strickloge zwischengeschoben. Es ist wie es ist. Deswegen, wenn man den Hals abkackt, habt Gnade. Und deswegen kommt der gute Dennis auch gleich in den Stream. Wir hoffen mal, dass er eine gute Übertragung hat heute. Die letzten Male haben wir das ja immer One-on-One gemacht, wie man so schön sagt. Aber heute geht das leider nicht, weil ich ihn natürlich nicht anstecken will. Na klar mache ich die Beats selber. Du geilster Alter. Findest du gut oder was? Oder wolltest du abhaten und sagen, was ist denn das für eine Scheiße? Habe ich noch einen ganzen Rechner voll von so einem Scheiß? Scheiß. Ja Leute. Ach, was ist denn hier los? Leute. Ihr wisst, es ist ein professioneller Stream, wie immer. Wartet mal bitte kurz. Ich muss mal kurz rangehen. Danke. Vielen Dank. Oh, jetzt ruft doch tatsächlich auch noch das Labor an. Die Arbeit. Hahaha. Sorry Leute, aber so ist das hier in so einem professionellen, geilen Stream. Ihm kann sowas immer passieren, ob meine Mama anruft oder die Arbeit abnervt, weil ich jetzt im Homeoffice bin. Ich mach das jetzt wie Tom, der auch immer sagt, ich arbeite und lässt seine Freundin die Möbel zusammenschrauben. Hahaha. Wow, Dennis, die geile Sau hat abonniert. Im 15. Monat, komm mal lieber rein, mein Hase. Äh, ist auch merkwürdig, dass wirklich Arztpraxen anrufen und sagen, ey, der Fahrer ist seit zehn Minuten nicht da. Ey, Leute, wir haben schon wieder Bahnstreik, den 80. Bahnstreik hintereinander. Was glauben die denn? Waren die vielleicht mal draußen, was draußen auf dem Straßen los ist? Es ist scheiße voll, Mann, ey. Die Leute sollen sich mal zusammenreißen. Was soll die Kacke, ey, da? Niemand findet diesen Streik geil, außer Herrn, äh, Weselski, den alten GDL-Pimp irgendwie. Der, es ist ja durchaus edel seine Absichten vielleicht, aber so langsam übertreibt er es einfach. Es kann doch wohl nicht sein. Der Hype-Tracking ist übrigens abgeschlossen. Ich danke euch, ihr süßen Hasen. Ähm, ja, habt ihr es gut verkraftet, diese, ja, wie soll man sagen, man könnte schon fast sagen, zur Schaustellung am, äh, beim Spiel gegen St. Pauli, als uns unsere Grenzen mal aufgezeigt wurden, oder tut's noch weh? Mir tut's noch weh, aber es ist, wie es ist, und heute hat mir jemand, äh, auch bei der Arbeit tatsächlich, äh, gleich die nächste, den nächsten Schlag versetzt, äh, Benze Dardai geht wohl zum VPL Wolfsburg. Was natürlich ziemlich scheiße ist, äh, war ja irgendwie fast abzusehen. Aber ich hab die ganze Zeit gehofft, irgendwie, dass wir durch seinen Vater das Paal noch irgendwie alles probiert. Aber scheinbar haben wir diesen, äh, Kampf verloren. Ist halt noch nichts. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur ein hartnäckiges Gerücht. Ich wollte mal unseren Insider gleich auch nochmal fragen. Da kommt er schon! Schauen wir mal, was der erstmal zu diesem Spiel sagt vom Wochenende. Mal schauen, ob es geht. Hallo, mein Hase! Hallo! Oh, Alter! Ey, klares Bild, klare Stimme, was ist denn da los? Ich musste alles neu starten, weil wir ja letztes Mal, wo du hier warst, alles umsonst abgebaut haben, weil wir doch mit deinem Laptop gestreamt haben. Es hat's einen Augenblick gedauert, bis ich alles wieder angeschlossen habe. Vielleicht hab ich auch was anderes gemacht, sonst, keine Ahnung. Aber siehst du mal, aber guck mal, seit ich das Mikro eingestellt habe, klingt deine Stimme ja, boah, das ist ja ein ganz neues Soundlevel da bei dir, du. Warm und sexy. Oh, es klingt warm wie ein Cowboy. So wie ich mich bald anhöre, wieder, naja, was soll es, du siehst mich vielleicht hier das letzte Mal, mein Schatz. Naja. Warum? Na, wegen dieses Virus, was ich mir schon wieder eingefangen habe. Ach so. Und davon stirbst du gleich, oder? Na, man weiß es ja nicht. Ich will ja nur Mitleid, aber ich krieg's ja immer nicht von euch, ihr Schweine. Ach so. Dennis, wie geht's dir? Du armer Floh, du hast es auch nicht leicht. Ja, ich hab's, ich immer krieg dich auf die Fresse. Wie geht's dir nach diesem desaströsen Auftritt gegen St. Pauli? Du warst in Pauli, du hast es live gesehen, wir haben danach gar nicht geredet, weil unser Beide-Laune ziemlich scheiße war. Sag mal was dazu. Also ich wurde ja gestern im Podcast ausgelacht, weil ich ja vor dem Spiel schon die Pressekonferenz nach dem Spiel gegeben habe. Das war so süß. Die nicht ganz so, ich dachte mir, wenn ich da schon mal im PK-Bereich und in der neutralen Zone sein darf, im Pressebereich unten, hauge ich mal einen raus, ist leider da hinten los gegangen. Ja. Ich wurde grandios ausgelacht. Nein, ja, an sich, eigentlich bin ich nur traurig, weil die Chance schon wieder da gewesen wäre. Hättest du das Spiel gewonnen, wären es vier Punkte gewesen und dann kannst du doch wieder, obwohl unsere dritte und vierte, fünfte Chance schon alles vorbei war, hättest du doch wieder eine Chance gehabt und das ist so ein bisschen, ja. Ey Mann, das ist wirklich. Du musst einfach mal ihn raushauen, wisst du? Mann, ja, und das ist halt genau das, was macht einen halt fertig, die Saison, weil wir haben es eigentlich nicht verdient und trotzdem aber immer die Chance, noch nach vorne ran zu schnuppern. Aber ich meine, diesmal war es halt, ey, wirklich so eine... Ich mache das jetzt wie Tom, der auch immer sagt, ich arbeite und lasse seine Freundin die Möbel zusammenschrauben. El Nino, vielen Dank, du geile Sohn. Wenn ich jetzt auch fluppe da sehe, sein Gesicht, so haben ja alle Herthaner irgendwie geguckt. Es war halt einfach so eine, zur Schaustellung, es war einfach eine richtige Machtdemonstration von Pauli, wie die die ersten 30 Minuten gespielt haben. War krass, oder? Es war... Ja, ich habe tatsächlich da jetzt ziemlich geguckt, weil ich ja im Stadion war und danach mit dem Bus zurückgefahren bin und wollte nicht den ganzen Bus damit unterhalten. Du hast ja die Überschrift gewählt, Klassenunterschieden. Ich glaube, das trifft ziemlich gut. Ich habe mich tatsächlich vor allem in der ersten Halbzeit gefühlt, wie wir sind ein Amateurverein und spielen gegen einen Profiverein. Die waren uns ja in allen Belangen komplett überlegen gewesen und das war beängstigend gewesen. Ja, vor allem... Aber... Ja, bitte. Entschuldigung. Aber wir hatten ja auch schon Spiele gehabt, wo du denn trotzdem in der zweiten Halbzeit nicht verdient, das betone ich jetzt mal, nicht verdient, wenn du aus dem Nichts so ein 2-1 machst und dann kippt das Spiel. Ich erinnere mich an ein Spiel in Hannover zum Beispiel, wo wir bis zum 60. 65. alles komplett im Griff haben, 2-0 führen, Hannover nichts, gar nichts auf die Reihe gekriegt und dann kommt so ein glückliches 2-1 und plötzlich kippt das Spiel. Das war so meine Hoffnung im zweiten Durchgang, dass wir aus dem Nichts unverdienten Anschlusstreffer erzielen und dann irgendwie das Spiel nochmal drehen können, was ja auch im Hinspiel in der Pauli so war, wo wir dann in der 82. Tisten, glaube ich, der 2-1 machen und plötzlich hatten wir dann noch die Chance zum Ausgleich gehabt, die letzten zehn Minuten, aber auch das war uns nicht gegönnt, den Abend wäre auch eh nicht verdient, aber ich fand es ja sehr schade, dass das so eindeutig war. Ja, ich fand, also das war noch krasser als beim Hinspiel, weil man hat halt Pauli, die sind aufs Feld gekommen, die hatten so einen Bock, man hat das denen richtig angesehen, was sie für einen Bock hatten, Fußball zu spielen. Und ich fand es halt richtig beängstigend, diese Unsicherheit von uns. Also wir haben jetzt ja nicht geschaut, ich habe mir hier ein paar Sachen aufgeschrieben beim Spiel einfach so. Eigentlich braucht man es gar nicht. Es war einfach... Professionell. Nee, einfach, weil ich die Sachen immer vergesse irgendwie, die mich dann aufregen irgendwie. Ich habe eine ganze Seite voll geschrieben und dann habe ich aufgehört und dachte so, ach komm. Weil es war ja... Und da war die 10. Minute da und den hast du gehört. Das war ja im Endeffekt fast alles scheiße. Und das Krasse fand ich halt diese Unfähigkeit dann auch wenigstens zu sagen, okay, wir haben den Ball und jetzt mal ruhig den Ball ruhig sich hin und her spielen, ein bisschen Ruhe ins Spiel bringen. Irgendwie einfach dann eben vielleicht auch nicht offensiv spielen, wenn du es nicht mal kannst, aber dann erstmal halt den Ball halten. Wir haben das ja überhaupt nicht geschafft. Das war ja wirklich so beängstigend, dass Spieler, wo man dachte, ey Mann, das sind gestandene Spieler, gute Techniker, die einfach den Ball dann nicht geschafft haben, dem flach über drei Meter zu passen, sondern irgendwie fahrig in Bauchhöhe den Ball dann weitergepasst haben und dann war er wieder weg. Also es war erschreckend für mich. Aber das war so schlecht, wie wir auch waren und das ist der Hauptgrund. So stark fand ich aber auch St. Pauli, muss ich sagen. Voll, voll. Also die Mannschaft gehörte in die Bundesliga. Ich finde, das Spiel gegen Schalke war irgendwie anscheinend mal eine Ausnahme gewesen. Man kann ja nicht konstant alles gewinnen, aber die war uns allen Bedanken besser. Und wie du sagst, wir haben ja nicht mehr geschafft, den Ball zu halten, aber es lag auch daran, dass St. Pauli schon im Strafraum gepresst hat. Und das musst du halt natürlich auch konsequent und hinten taktisch verteidigen können. Und das hat St. Pauli ihn perfekt gemacht. Wir haben zwar keine Fehler gehabt hinten im Spielaufbau, also im direkten Spielaufbau hinten. Aber St. Pauli hat es überhaupt keine Luft zum Atmen gegeben. Das war eine komplette Machtdemonstration in der ersten Halbzeit. Und ja, ab der 60. haben sie den Gang zurückgeschalten und dann haben wir hohe Chancen gehabt. Aber ja, Hertha war Gott nicht schlecht, aber St. Pauli war auch mega stark gewesen. Über, also gebe ich dir völlig recht. Also ich finde ja Pauli auch cool, muss ich sagen. Ich mag den Klub und so. Und ich freue mich auch, wenn die aufsteigen. Eher als der HSV, weißt du. Aber natürlich nicht gegen uns. Also es war, es hat wehgetan. Es hat wirklich wehgetan zu sehen, dass die einfach mit so einem totalen, ja, Powerfußball uns da eigentlich überrennen. Und ja, natürlich haben die dann schon gepresst, auch bei uns im Strafraum. Aber ich fand, auch wenn wir den Ball dann mal hatten, es ging ja nicht die ganze Zeit so. Wir hatten dann ja auch plötzlich Räume. Oh, schön die ganze erste Halbzeit. Wir haben es aber auch nicht geschafft, trotzdem, wenn die Verteidiger den Ball hatten und die Pauli-Spieler haben wir nicht gepresst, haben wir den Ball trotzdem wieder hergegeben, weil es halt einfach dann entweder nach vorne gebolzt wurde, der Ball, ohne Plan. Oder halt so Bälle auf die Sechser, der Ball geht zurück. Ich sage es mal wieder, Karbovnik hatte da eine Szene, wo man denkt so, ey, dann kriegt er den Ball von dem Sechser, ich glaube Pascal Clemens, zurückgespielt. Er hat den Ball, der Pauli-Spieler ist eigentlich vier, fünf, sechs Meter weg und er guckt, dreht sich zu Leisner und spielt den Ball zu Leisner, aber halt nicht flach, sondern in Brusthöhe. Leisner kriegt ihn gegen die Brust und dann kommt der Pauli-Spieler, läuft den Ball ab. Ballverlust. Und das ist halt einfach so, wo man sich fragt, Leute, ihr habt doch die Technik, wie kann es sein, dass man dann so aus der Ruhe gebracht ist, vielleicht ist natürlich das auch so, wenn eine Mannschaft dich so überrennt, dass du fahrig wirst, dann hast du die Zuschauer dahinter und es zieht sich alles runter, aber es war wirklich erschreckend, fand ich. Die Zuschauer fand ich jetzt nicht so stark, muss ich sagen, von St. Pauli. Uns fand ich stark, ich fand es vor allem witzig, ich weiß nicht, ob du es bei uns im Blog gehört hast, wir haben angefangen zu singen und dann haben die Pauli-Fans den gleichen Song weitergesungen, aber nur halt auf St. Pauli. Fand ich witzig. Naja, okay. Fand ich witzig. Fand ich witzig. Möchtest du eine kurze, lustige Anekdote von dem Schilder hören? Bitte, bitte, bitte. Hat zum Glück nichts mit Fußball zu tun im eigentlichen Sinne, sondern nur mit St. Pauli. Wir hatten ja vor dem Spiel so eine Stadelführung gehabt, wo wir dann überall dahin gehen durften und die Logen anguckt haben und Kabinen und Pressetrakt. Und jeweils hat uns eine St. Pauli-Rianerin, ein St. Pauli-Fan, Frau, diese Tour als Guide fungiert und die hat uns dann gefragt, so mitten in der Tour, sag mal, wisst ihr denn eigentlich, was das Millern-Tor ist? Ich meine, jeder kennt das Millern-Tor, aber keiner weiß ja, was die da machen. Warum kommt denn das her? Was hat das für eine Funktion? Da haben wir alle wild spekuliert und die raten, keiner wusste. Na ja, das war ja früher so, dass das Millern-Tor war ja das Tor zur Stadt gewesen. Weil St. Pauli war ja früher nicht in Hamburg gewesen und durchs Millern-Tor ist man dann in die Stadt gekommen. Und auf St. Pauli, da waren ja dann die ganzen Menschen, die aus der Stadt verstoßen wurden, die Sexarbeiter, die Herumtreiber und die Kriminellen, alle, die in der Stadt halt rausgeschmissen wurden, die haben sich auf St. Pauli hingegassen. Das gesorgt. Ich meine, das ist ja heute immer noch so. Das hat sich ja nicht geändert. Das ist einfach so. Das hat sich selber erzählt. Das hat sich selber erzählt. Mann, deswegen muss man die auch lieben. Das ist halt einfach geil. Es sind ja nicht nur Verbrecher, aber es sind halt schon... Nein. Man muss sagen, es ist schon... Aber die Leute, die da rum sind, das sind schon Leute, die möchten jetzt nicht unbedingt alle im Abends im Dunkel begegnen. Das waren schon... Nicht alle. ...kuglose gestalten. Nicht alle, aber St. Pauli... Da waren schon einige dabei gewesen. Aber St. Pauli ist natürlich auch krass, muss man sagen. Auch so. Abends auf St. Pauli rumlaufen, das ist auf jeden Fall ein Abenteuer. Aber ich finde es auch immer geil, diese... Ich glaube, das war ja mal ein Parkplatz, wo das Stadion raufgebaut wurde oder so. Du siehst ja da auch immer noch diese... Ja, das ist der Dom. Ja, der Dom. Genau, der ist ja genau daneben immer. Aber das Stadion war ja, also ich weiß nicht, war jetzt lange nicht mehr da. Das war ja früher eigentlich nur so ein Grüstbau, der da irgendwie provisorisch, glaube ich, mal aufgebaut wurde. Und du siehst ja auch, wenn du vom Feld kommst, hast du da ja noch diese... Das ist ja gefließt so. Die Steine sehen wirklich aus wie auf dem Parkplatz. So in so einem Fischgrätenmuster irgendwelche Steine, die da gesetzt sind. Wenn die Spieler einen Einwurf machen, dann stehen die schon auf Steinen irgendwie. Das ist auch ziemlich witzig für ein Fußballstadion. Aber egal, sehr schöne Geschichte auf jeden. Aber nochmal zurück zum Spiel. Ich wollte es ablenken. Ja, ich weiß. Wir müssen es auch gar nicht so lange drauf rumhacken. Es war einfach scheiße. Und ja, Taktik hin oder her. Mannschaft an sich einfach krass beeindruckt gewesen von St. Pauli. Aber was mir zum Beispiel aufgefallen ist, St. Pauli mit einer richtig krass eingespielten Mannschaft, taktisch perfekt aufgestellt. Also wie die verschoben haben, wie die die Räume eng gemacht haben, wo das ganze Team eigentlich komplett funktioniert hat. Und es sind ja auch nicht die Spieler, wo man denkt so, oh, was für Überspieler, die da ein Team haben. Es ist krass. Also weil jeder weiß, was er zu machen hat. Es ist beeindruckend gewesen. Und vor allem, also was mich besonders ankotzt, es fickt mich richtig an, diese Ecken. Weißt du, St. Pauli macht drei Ecken, wo du genau siehst, ey, das ist komplett einstudiert. Genauso von der Ecke an Strafraumgrenze, der Typ zieht ab, bam, abgefälscht Tor, ist 1-0, weißt du. Komplett war, wusste man, hat man genau gesehen, Alter, das ist so einstudiert. Genauso eine Ecke, die irgendwie genau an Strafraumgrenze, der Spieler nimmt den Ball an, spielt den irgendwie, glaube ich, Hacke weiter, der Typ zieht ab. Alles einprobiert und wir, unsere Ecken waren wieder so, einer geht zur Ecke, chippt den Ball rein und dann gucken wir mal, was passiert. Das ist halt so, ich verstehe das nicht. Egal, in welchem Zustand die Mannschaft ist, ey, sowas musst du doch trainieren können. Wirklich, warum machen wir sowas nicht, Mann? Du hast meinen Wink nicht verstanden gerade. Ich habe gesagt, es ist ja schön, wenn jeder weiß, was er zu tun hat. Ja, ich habe den Wink schon verstanden. Das ist okay, gut. Ich wollte nur noch mal auf die Wunde hacken, einfach, noch zusätzlich. Ich möchte dir nichts hinzufügen. Finde ich okay. Und jetzt noch mal deine Meinung. Also mit dem Wechsel zur Halbzeit, St. Pauli hat natürlich nachgelassen, aber mit Maser und Marton, also Marton einfach hinten drin mit Gächter, wesentlich besser, muss man sagen. Vom Spielaufbau hat man gesehen, es war gleich wirklich besser. Da würde ich auf jeden Fall immer in der Innenverteidigung aufbieten, hatten wir ja auch schon mal gesagt. Maser auf der 10 auch deutlich besser, was der Junge drauf hat. Aber er hat noch Sturm gespielt. Ja, er war ja irgendwie dazwischen. Man hat aber deutlich eine Besserung im Team gesehen. Er ist mit der Backuji gekommen. Ja, aber er hat sich ja genauso auf der 10er-Position aufgehalten, die Bälle verteilt, nach links gespielt, vor dem Strafraum gewesen. Also er war ja nicht Mittelstürmer. Man sieht, was er kann und was das gebracht hat. Da hast du recht. Aber negativ, Barkok. Barkok, für mich wieder mal, der hat schon ein Niveau von Janga. Wie der, also, was macht der? Also nochmal, überhaupt, habe ich schon im Stream gesagt, gute Besserung natürlich für die erneute Krebserkrankung. Boetius. Aber wie Boetius oder Suat Zarda spielt abgrundtief scheiße die Bälle und dann macht der irgendwelche Pirouetten beim Stand von 2-0 für Pauli, steigt auf den Ball, dreht sich rum und denkst du, was macht denn dieser Typ? Ist das dir auch aufgefallen? Ja, bevor du weiterredest, ich möchte mich kurz bei PrinceJack84 bedanken, was du gerade machen wolltest. Aber ich habe dich da abgeschritten von für 300 und für 200 Bits. Vielen Dank. Küsse gehen raus. Du hast jetzt nicht so viel Spender. Genau. Ich sehe es genauso wie du. Ich fand Barkok wieder schlecht. Aber, und das ist der einzige Widerspruch jetzt zu dir, das ist gewollt. Also, Paul sagt zu ihm, pass auf, geh raus, versuch es wenigstens, versuch mal einen Trick zu machen, versuch, sei selbstbewusst, wenn es nicht klappt, ist es okay, aber versuch es wenigstens. Jetzt klappt es leider nicht, okay, aber das ist tatsächlich taktische Anweisung in dem Fall. Ach du Scheiße. Aber es klappt halt nicht, ist natürlich schön. Du kannst halt nicht jemanden aufstellen und sagen, versuch mal einen Trick zu machen, versuch mal ihn auszunehmen, und wenn es zehnmal klappt, das zehnmal nicht, dann dachtest du, okay, Jüte, dann muss ich, dann jetzt halt nicht, dann musst du halt reagieren. Aber, ja. Naja, die haben ja geklappt, diese Tricks haben ja geklappt, aber die haben halt, das war, man dachte so, wie arm ist das denn, wenn du im Mittelfeld den Ball hast und machst alleine, ohne dass ein Gegenspieler ist. Du machst dann da nirgendwo, machst du so einen Übersteiger. Also es war, also mir ist das zumindest so gegangen, weil ich dachte, oh Mann, Alter, was machst du denn da? Also ich weiß nicht, jetzt sind wir sowieso. Was machen wir als Spieler? Du hast kein Konzept, du rennst da rum, du hast einen Plan A, der funktioniert nicht, da weiß keiner, was Plan B und Plan C ist, dann, was willst du denn machen? Also versuchst du so, wie alleine was zu machen, damit irgendeinen Punkt zu setzen, ein Zeichen zu setzen. Dir die Zeit zu vertreiben, meinst du? Noch ein bisschen den Ball hochhalten. Du willst ja trotzdem was reißen. Und wenn du halt sagst, okay, keiner weiß, wo er langlaufen soll, ich sag's jetzt mit Absicht überspitzt. Keiner weiß, wo er langlaufen soll oder keiner weiß, wie er sich in die Räume bewegen zu hat, keiner weiß, wohin laufen soll. Ja gut, bevor ich gehe an den Sprachen, versuche ich es halt auf eigener Paus, mich da durch zwei, drei Leute durchzuspielen oder so einen krassen, überraschenden Pass zu spielen mit der Hacke, dass keiner damit rechnet. Und wenn es dann klappt, dann ist es super, und wenn nicht, dann eben nicht. Aber voll egal, ich versuche erst. Man will es zu machen, das ist ja Attentive. Die Ball wieder nach vorne kloppen, die ihn lautern oder gegen Osnabrück. Nee, nicht nach vorne. Aber lass die Tricks weg, Mann. Er hat halt auch scheiße gespielt, weißt du? Wenn er jetzt irgendwie... Ja, wenn er jetzt irgendwie ein paar gute Bälle gespielt hat, dann ist das ja völlig okay. Aber er ist halt einfach enttäuschend in seiner Rolle. Und ich würde ihn jetzt auch... Also, er hat ja eine Klausel drin. Ich würde ihn jetzt auch nicht mehr spielen lassen irgendwie. Bevor wir den kaufen müssen, man sieht doch im Endeffekt, dass er uns eigentlich nicht weiterbringt, richtig? Also, bevor ich den für zweieinhalb Millionen kaufen muss... Mit diesem praktischen Konzept nicht. Ja, aber würdest du ihn kaufen, nach den Leistungen, die er gebracht hat? Nein. Würde ich auch nicht machen. Nein. Ja, Marius Gersbeck, das Nächste. Mann, auch er fand ich echt schwach. Schon am Anfang weiß er nicht richtig rauskommen. Er kommt raus, geht wieder zurück, irgendwie geht nicht richtig zum Ball. Weißt du? Ja, er war der... Unsicher. Absolut unsicher. Unsicher. Aber du musst mir denken, der hat sein erstes Spiel seit ein Vierteljahr wieder gemacht. Und das erste war schon scheiße. Wenn du im Jahr zwei Spiele machst... Nö, fand ich nicht. Der ist dann gegen Pauli, fand ich nicht gut, ja. Aber genau, dann fand ich jetzt nicht schuld an irgendeinem Gegentor. Ja, aber er war auch nicht gut. Also, beim einen Tor sah er da auch nicht gut aus. Und auch gegen Pauli das zweite Tor, würde ich sogar sagen, den muss er haben eigentlich. Geht auf Torwartecke. Er geht noch nicht mal mit den Händen hin. Irgendwie sah ganz komisch aus. Vielleicht dachte er, er geht vorbei. Da gab es noch so einen Schuss von so einem Pauli-Spieler, wo der über rechts in den Strafraum reingeht, zieht ab. Und ich weiß nicht, ob Marius dachte, der Ball geht rüber. Auf jeden Fall, er hebt die Hände so ganz komisch hoch. Und dann geht der Ball gegen seine Hand und dann gegen den Pfosten. Dann gab es eine Ecke. Und man dachte so, was war das denn für eine Aktion? Ganz komisch, ja. Ja, aber auch nicht. Ja. Aber sah nicht gut aus. Also man hat, muss ich leider sagen, man hat gemerkt, Tjag Ernst, schon gefehlt. Marius ist sicher eine gute Nummer zwei, aber da hat man schon gemerkt, das war schon eine Schwächung auch. Das hat alles nicht gepasst, fand ich, am Spiel. Ist natürlich bitter für ihn, aber... Gerade, dass er vorher U23 spielt hat, naja, er war ja nicht geplant, dass er spielt, also gegen Zappo-Lin nicht spielt. Da Ernst sich beim Aufwärmen verletzt hat, musste er ran. Ja. Also geplant war es nicht. Also, alles in allem, ein Spiel zum Vergessen. Wenn er sich verletzt hätte, also auch Gersbeck sich verletzt hätte, wäre immer Philipp Sprinter als dritter Torwart. Weil Thorsten das gerade fragt. Ja, ja, ja. Die Preise immer mit drei Teute an. Ja, naja, klar. Na gut, auf jeden Fall krass, ja, krass, krass, krass zu sehen gewesen. Und jetzt ist aber die Saison auch abgehakt für uns, oder? Ja. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, nämlich, wie geht es weiter? Und ich habe es schon gesagt, mir hat heute auf Arbeit schon jemand das erzählt, dass er gehört hätte, dass Benze Dardai zum VfL Wolfsburg wechselt, dass das wohl so aussieht. Ich weiß nicht, das haben jetzt ja ein paar Leute irgendwie schon so gesagt. Weißt du da irgendwie was? Hast du was gehört? Es scheint sich leider so zu bewahrheiten, ja. Bitter. Bitter. Ich, ja. Also für mich, wenn das wahr sein sollte, ey, muss ich ganz ehrlich sagen, es tut mir wirklich leid. Ich hacke ja immer so auf den Fohlen rum, auf diesem Rautenklub, aber ich hätte mehr verstehen können, wenn du zu Gladbach gehst, als dass du nach Wolfsburg gehst. Ist klar, die Nähe nach Berlin wahrscheinlich ausschlaggebend. Und das Geld. Und das Geld, aber ein Scheißverein und alter Benze, warum, wieso machst du sowas? Also, er hat ja bis jetzt immer noch so ganz kurz noch Tor, Hertha, nein, Philipp Sprint ist dritter Torhüter bei uns. Also, eigentlich ist er nur bei den Spieltagen dritter Torhüter. Er ist Assistent vom Torhüter und reist oft als dritter Spieler mit, war auch jetzt in der Pauli als dritter Torhüter dabei. Ernst hat sich verletzt, Gersberg hat sich spielt und Sprint da ist auf der Bank. So, ja, Benze, ähm, ja, er hat einen Jungvertrag immer noch, Hertha versucht ja seit anderthalb Jahren ihn zu verlängern. Er wollte nicht, warum auch immer. Äh, warum nicht? Was meinst du? Traut er, also, traut er sich nicht zu, äh, dass er seine Position bei uns spielt? Einfach? Oder glaubt er nicht an, an seinen Vater? Oder voran liegt's? Also ich glaube erstmal, dass der Vater, wie du schon sagst, nächste Saison nicht mehr Trainer bei Hertha ist. Ähm, das heißt, dieser Pluspunkt fällt weg. Das Zweite ist, ähm, Benze, ich habe gehört, dass Benze, äh, er möchte sich die Saison angucken, wie es läuft, ob es ruhig wird im Verein, weil wenn wir uns jetzt mal in eine Saison zurück, äh, resetten, also heute vor einem Jahr, war das absolute Chaos gewesen, wusste es nicht, was nächste Saison ist, wir steigen ab, jeder war mit jedem zerstritten gewesen und es war ja alles ein Riesenchaos. Ja. Deswegen hat er damals sich verlängert und, äh, jetzt, ähm, denke ich, dass er glaubt zu wissen, dass, äh, Dardai, also Pahl nächstes Mal nicht Trainer ist, er sieht, dass sein Bruder Martin nicht immer glücklich mit der Entscheidung war, bei Hertha geblieben zu sein, könnte ich mir vorstellen, ähm, und du hast halt nur ein, ein Profileben und wenn du jetzt in Wolfsburg ein sehr gutes finanzielles Angebot bekommst, mit einer schönen Ablöse, also ein schönes Handgeld, ja, also es ist ja nicht so, dass es bei Hertha gerade wahrscheinlich mega viel Spaß macht, äh, zu spielen und erst recht nicht, äh, wenn Papa nächste Saison weg sein sollte, wenn die Gerüchte alle so stimmen, dann, ähm, sagst du dir vor so, ich starte woanders durch, dann hast du Maxi Mittelstädt, der jetzt nach Stuttgart wechselt, der plötzlich völlig einschlägt, dann denkst du dir auch, Mensch, vielleicht könnte mir das auch so gehen oder möchte ich wie mein Bruder hier versauern, hört sich so falsch an, aber in Zweitliga Mittelmaß hängen bleiben auf Dauer, ja, ich bin mit Sicherheit, dass ihr bei uns mehr Spielzeiten habt, das wäre glaube ich unser, unser Pluspunkt gewesen, ich sehe ihn noch nicht in Wolfsburg tatsächlich spielen, dafür hat er auch zu wenig gezeigt bisher, muss man sagen, also hat ein paar gute Spiele oder ein paar gute Ansätze gezeigt, aber es ist jetzt auch nie so, dass er jetzt praktisch Stammspieler war und auf längere Zeit gezeigt hat, was er kann, ähm, aber es ist ein schlechtes Zeichen, also was du gerade sagst, äh, ist genau das, was du sprichst mir aufs Herzen, weil, ähm, das natürlich auch, äh, so die Verlängerung von Reze war ja so, dass wir die Hoffnung hatten, er ist ein Zeichen an die Mannschaft, zu sagen, ey, hier entsteht was, ich bleib hier, bleib doch auch, das ist jetzt genau das gegenteilige Zeichen. Du kannst es ja, wenn du es positiv sehen möchtest, kannst du sagen, wir brauchen nicht einen Benze unten, äh, einen Dardai, also einen Benze Dardai, äh, einen Maser unten, einen Benze Dardai, kann eben einer von einem spielen und wenn er, äh, jetzt geht, bleibt Ivo. Man muss ja träumen können. Ja, es wäre sehr schön, also Ivo würde mir super wehtun, Benze ist bitter, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, verdammte Scheiße, bei mir ist es halt wirklich eher so dieses, dass ich Angst habe, dass dieses Zeichen gesetzt wird, Leute, lasst uns gehen und das ist halt auch genau die Sache, ne, wir, Pal, wir reden da ja schon seit Wochen drüber, kann man mit Pal aufsteigen, muss er gehen, ist es das falsche Zeichen, gutes Spiel, die Ansätze sind wieder da, wieder schlechtes Spiel, alles Kacke, ähm, es ist halt so ein bisschen da natürlich auch die Angst, so genau, was du gerade sagst, Martin war oft, dann so, wenn ein neuer Trainer kam, hat er dann nicht gespielt, irgendwie, obwohl er ja ein krasses Talent ist, muss man ja sagen, er hat alles, was man braucht, gerade als Innenverteidiger, ähm, und, also die Angst jetzt, weißt du, ich meine, wir haben ja die komplette Mannschaft, äh, ausgewechselt, praktisch, von, mit dem Abstieg aus der ersten Liga, denn, jetzt haben wir die ganzen jungen Leute drin, wir haben einen Trainer, ja, der vielleicht taktisch nicht so stark ist, der aber sehr auf die Jugend setzt, und so, meine Angst ist jetzt wirklich, wenn jetzt, das so sein sollte, es wäre ja vielleicht sogar, gar nicht so unrealistisch, dass man im Verein intern, jetzt schon vielleicht, Worte gesprochen hat, und gesagt hat, wir verlängern nicht, oder, wir planen nicht als Cheftrainer weiter mit dir, Paul, der und der kommt, ähm, weil man muss ja im März, April für die nächste Saison eigentlich planen, und, meine Angst ist eher so, dass du jetzt dann ja wieder anfängst, du kriegst einen Trainer, der dann sagt, ja, aber hier, die Spieler, die passen mir nicht, ich will den und den und den haben, und wir fangen dann schon wieder an, zu sagen, okay, wir machen schon wieder einen Umbruch, den 18. hintereinander weg, so, das ist meine große Angst bei dieser Sache, und dass dann halt ein paar junge Leute sagen, na komm, ich habe ein Angebot, ich gehe, ist mir zu unsicher. Ja, also, das ist ein Faktor, die anderen Faktoren, habe ich dir gerade erzählt, vielleicht nicht mehr da, Martin mit seinen Entscheidungen vielleicht nicht immer zufrieden gewesen bei Hertha, zu seinem Mittelstädt, der bei uns Ersatzspieler war, der ewige Jugendspieler, und ich glaube, das nagt an vielen noch, dass du sagst, ja, wenn du in den Verein wechselst, dann bist du halt der Neue, der von anderen Vereinen kommt, aus der starken Hertha-Jugend kommt, und bei Hertha bist du halt immer der Lehrling, also immer der Stift, weil du es halt mal warst, und wirst diesen Status nie irgendwie gerecht, oder eben nur diesen Status, kommst du nicht darüber hinaus, ich glaube, da sind viele Faktoren, die zu solcher Entscheidung führen, und ich weiß nicht, ob ich es in der Situation anders sehen würde. Aber das zeigt ja dann eben, dass eben dann der Berliner Weg eben nicht weitergegangen werden kann, wenn die Spieler so denken würden. Es denkt ja nicht jeder so, sonst wäre Martin Dahlreich zum Beispiel nicht noch hier, und ich bin mir sicher, dass ein paar Sky Clemens die Saison hier spielen wird, aber der hat auch geschafft, diesen Status Jugendspieler irgendwie abzudenken, genau für die Saison, für mich ist der jetzt ein Profi, ein fester Bestandteil der Mannschaft, und der wird auch keine Sorgen haben, dass er nächste Saison auch wieder Stammspieler sein wird, wenn er sich nicht verletzt, natürlich. Den Status hat Benze nicht, den hat auch Martin nie langfristig gehabt. Ja, vielleicht reicht es doch einfach dann nicht, vielleicht würde man es auch so sagen. Und da sagt er, vielleicht weiß er ja schon, dass Maser verlängert in Kürze, und dann denkt er sich, bevor ich mich jetzt da auch noch anstelle, wobei ich das kein, das habe ich nicht irgendwo gehört, das ist tatsächlich jetzt einfach nur eine wilde These von mir, und ich tatsächlich glaube auch nicht, dass Maser leider nächste Saison bei Hertha spielt, aber da habe ich mich auch noch nicht verloren. Wir lesen gerade ganz viele tolle Sachen. A ist unser MC geiler Felizio im Chat. Welcome home, baby. Wer neuer Trainer wird, ja, da gibt es eine Menge Sachen, die wir spekulieren können. Ja, sag mal. Weißt du, wie Hertha mit Oliver Reis plant? Ja. Mein Wunsch-Trainer ist auch Oliver Reis, das erzähle ich auch schon seit einem Jahr. Ich glaube aber, dass er die Chance nicht erhalten wird bei uns. Ja. Und, ich meine, die Sache ist ja, deswegen sind wir ja die Strickloge, muss hier gar nicht so, aber es wäre einfach mal interessant von dir, also was du so denkst. Also ich weiß ja, dass du auch sagst, du liebst Paul, aber sagst auch, ey, wir müssen den Schritt, den Schnitt machen, wir brauchen jemand anders eventuell. Hast du denn irgendjemanden, jetzt außer Reis, wo du sagen würdest, das würde passen, vielleicht jemand, der auch mit den Spielern, die wir haben, sein System spiele? Traum hast du mir mal einen wunderbaren Tipp gegeben und den fand ich toll, quasi von Paderborn. Wobei ich, da gab es keine Gespräche bis jetzt. Okay. Ja, okay, das war es schon. Nur ein Name, schade. Ich dachte, ich kann dir noch ein paar aus der Nase ziehen irgendwie. Okay. Also, ich bleib, ich bleib immer noch. Vielleicht sage ich nächstes Mal was. Okay. Das wäre interessant. Ich bleib trotzdem immer noch bei meiner Meinung. Ich würde Paul, erst mal, ich würde ihn die Saison anfangen lassen auf jeden. Ich würde auch denken, man muss ihm einen anderen Trainer zur Seite stellen, halt so einen Wittmeier probieren, in der Preisklasse zu holen. Und, wie gesagt, meine große Angst ist halt einfach wieder, dass wir wieder einen Trainer wechseln, der dann wieder sagt, okay, wir müssen das und das umstellen, dann kaufen wir wieder ein paar Spieler, es gehen wieder welche, dann müssen die sich wieder einspielen, dann, das ist halt meine Angst. klar, ich kann aber auch alle verstehen, die sagen so, Alter, das ist einfach zu wenig, weil es einfach zu wenig war. Also, jetzt mit dem Spiel, das war halt natürlich auch St. Pauli, das ist halt die beste Mannschaft, aber wir sind härter Berlin und unsere Spieler sind halt auch gut. Und so schlecht auszusehen, ist halt auch krass. Ja. Ja, also es hört sich, hört sich gar nicht mal so gut an, muss ich sagen, so wenn ich dich anhöre, also, auch ein Ibo Maser, Stuttgart ist ja da ganz schön am Baggern, du hältst es also auch für sehr realistisch, dass er geht, ja. Ja, aber tatsächlich aus der PK vor dem Pauli-Spiel, da fand ich das eigentlich relativ eindeutig, wobei ich auch relativ eindeutig fand, dass in Kürze was verkündet wird mit Benze, da dachte ich aber, es so verstanden zu haben, dass eine Veränderung. Genauso habe ich es auch verstanden. Ja. Dem war wohl nicht so. Dem war wohl nicht so. Also spannend. Aber da war ja relativ eindeutig, dass man manche Spiele nicht halten kann und deswegen, ich glaube schon, dass Maser, ich glaube, dass der Hertha richtig geil findet und dass er ein richtig treuer Herthaner ist, wirklich mit Blut und Seele und Leib und Seele, wollte ich sagen. Aber wenn du in der Situation bist, du bist 18, du bist ein riesengeldes Talent und du kriegst jetzt ein Angebot, nach Stuttgart zu gehen oder von mir auch nach Wolfsburg zu gehen, mit Wolfsburg war ich Erwinia, bei einem Stuttgart-Beispiel, kriegst du einfach mal deine, keine Ahnung, zwei Millionen netto, schönes Handgeld und spielst Champions League, spielst Bundesliga. Ja, ich würde es auch machen, glaube ich. Ja. Du hast bloß die eine Karriere. Natürlich, aber ey, ja, du hast völlig recht, man kann es natürlich verstehen, aber andererseits muss ich sagen, ich finde es halt auch undankbar, ich finde es eigentlich scheiße, weil dieses, er ist Herthaner ganz und durch, nee, ist er eben nicht, weil er ist hier ausgebildet worden, alle Jugendmannschaften durchlaufen hier und dann schaffst du den Sprung in die Profimannschaft, machst drei Spiele und unterschreibst beim anderen Verein, das ist doch kacke. Dann musst du wenigstens sagen, ey, dann spiele ich wenigstens noch eine Saison und guck mal, was passiert, Alter, und gib mal ein bisschen was zurück irgendwie, anstelle gleich beim ersten Angebot zu gehen, das finde ich nicht korrekt. Also muss ich bei Benz, er hätte ja, er hätte ja Vertrag verlängern können mit einer festen Ausstiegsklausel, die Wolfsburg bestimmt auch bezahlt hätte und dann wäre es für mich okay gewesen. Es ist natürlich jetzt schade, bildest du jemanden aus und das ist wirklich ein starker Nachwuchsspieler und dann geht er für lau. Du kriegst eine Ausbildungsentschädigung von, keine Ahnung, 11.000 Euro oder so weit, mit einem Dreh. Damit kannst du Hertha nicht gesund machen mit so einem Betrinken. Das ist halt schade, wenn ich jetzt... Das ist der alte Fehler. Das ist der alte Fehler, den haben wir schon ein paar Mal gemacht. Ja, aber das ist der Fehler, 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 das kannst du auch was besser machen. Wenn er nicht will, was willst du machen? Wenn er nicht unterschreibt, ja klar. Wenn er kein Profi vertraut, dann sage ich, ja. Benze meinst du jetzt? Benze ist halt so. Oder Ibo. Maser hat unterschrieben, das hat er verlängert. Wollte ich doch gerade sagen, Maser hat ja einen Vertrag und da, weil du gerade sagst... Ach, du hast gesagt, Benze ist Herthana durch und durch. Nee, nee, das ist doch Maser. Ja, siehst du, aber bei Maser wäre es ja genau die gleiche Scheiße. Aber Maser ist eben kein Herthana durch und durch, wenn er jetzt beim ersten Angebot nach Stuttgart geht. Klar kann man das irgendwie verstehen. Nee, dann, ey, sorry, aber du spielst doch nicht die ganze Jugend in so einem Verein. Alle sagen so, mein größter Traum ist, im Olympiastadion zu spielen vor unserer Kurve, unsere Fans, das ist mein Verein. Und dann gehst du, ohne dass du eine Saison für diesen Verein mal in einer Profimannschaft gespielt hast, durchgehend? Das ist doch scheiße. Dann spiel doch, du bist 18 Jahre alt, weißt du, du hast alles, du hast nur eine Karriere, klar, aber dann bring doch den Mehrwert. Du hast jetzt ein gutes Angebot. Ja, das sage ich ja. Klar, in der Situation kann man immer sagen, wenn du in der Situation wärst, wirst du es wahrscheinlich auch machen. Aber dann kann man aber nicht sagen, er ist Herthana durch und durch. Das ist einfach nicht so, weil er geht beim ersten Angebot, das ist, finde ich, schäbig. Ich weiß nicht, ob ich das erste war. Er hat letztens auch schon Angebote gehabt. Ja, aber dann spiel doch. Er ist zweite Liga, er ist ein junger Spieler, er könnte jetzt jedes Spiel spielen bei uns, für seine Entwicklung viel besser, wenn er sagt, er hat die Fahne gerne auf der Brust, dann bleib doch bei uns und bring uns ein bisschen mehr Kohle halt auch. Kannst du es ja auch so sehen. Er ist gut genug, er weiß, ihm steht alles offen. Wenn er sich nächste Saison verletzt, klar kann man so sagen, aber die anderthalb Millionen würde er bei uns wahrscheinlich auch verdienen, wenn er jetzt, wenn wir sagen würden, wir verlängern dich nochmal. Wenn wir so große Sachen auf ihn halten. Sorry. Dann nimm die anderthalb Millionen und gibst den über Maser. Der würde für das Geld bestimmt bleiben. Sag ich doch, ich spreche doch über Maser, nicht über Benze. Ich spreche über Ivo Maser. Ich spreche die ganze Zeit über Ivo Maser. Dem würde ich die anderthalb Millionen kriegen, aber auch die kriegt er nicht. Ja, aber ich sage ja nur, auch Ivo Maser ist kein Herthaner, wenn er jetzt geht. Dieses Gequatsche, das ist halt einfach... Wenn er jetzt gehen würde, dann bringt er den Ablöser ein. Ja, aber zu wenig. Er hat halt für uns noch nichts gebracht, weißt du. Er hat ja auch noch drei Jahre Vertrag. Dann spiel die nächste Saison und zeig, was du kannst. Spiel dich noch mehr in die Rampe. Entweder du steigst mit uns auf, dann kannst du immer noch sagen, du bleibst bei uns oder du gehst dann für wesentlich mehr Geld, weil die Leute dich gesehen haben, aber der hat ja gerade mal drei Spiele für uns gemacht. Das ist doch... Wenn er jetzt einen Vertrag unterschreibt, da kannst du doch nicht sagen, da kannst du doch nicht sagen, er ist der Thaler durch und durch. Doch, wenn er... Doch, er ist am Herzen der Thaler. Wenn jetzt es wie gesagt, wo du sagst, Dennis hier, stream mal jetzt für Werder Bremen, als keine Ahnung, als Beispiel, wo du kriegst von uns jeden Monat 20.000 Euro Bahn an, wenn du für Werder Bremen streamst, weil du dich total toll für ein Video was erzählst. Werder Bremen ist 20.000. Nee, aber nicht, das glaube ich dir nicht. Aber das Beispiel ist scheiße, weil das würdest du eben nicht machen. Wenn Werder Bremen dir sagt, wir geben dir 20.000 Euro, du streamst jetzt für Werder Bremen im Monat und Hertha BSC sagt so... Nee, lass mich doch mal weitersprechen. Und Hertha BSC sagt, ey, wir zählen auf dich, Dennis, wir bauen auf dich auf, ein ganzes Format, ey. Du wirst unser Hertha TV-Maniac, wir zahlen dir 6.000. Wir zahlen dir 6.000 im Monat und bauen auf dich. Dann würdest du auf 100% bei Hertha TV bleiben. Kannst du mir nicht erzählen. Das glaube ich dir nicht. Jetzt habe ich aber nicht 6.000 Euro, sondern nur einen Mini-Jobvertrag, immer 450 Euro oder von mir sind es jetzt 510 Euro oder 520 Euro, ich weiß es nicht so genau. Und mehr kann Hertha einfach nicht bezahlen. Erzählen Sie mir. Das ist glaube ich. Und Werder Bremen kriegt 20.000. Ja, aber das, also wenn es wirklich so ist, dann müsste man ja sagen, ey, dann muss man aber auch sagen, dann sorry, dann ist Hertha auch einfach zu dumm. Wenn jemand, der so ein Talent hat und du siehst es, dann ist doch klar, wenn jetzt jemand wie Stuttgart kommt, du kannst das Geld natürlich nicht zahlen, aber du kannst schon sagen, pass mal auf, du wirst unser Spielmacher, wir geben dir jetzt eine Gehaltserhöhung von so und so und wir schreiben dir eine Ausstiegsklausel in den Vertrag. Du kannst gehen für eine festgeschriebene Summe, aber du kriegst dafür jetzt das Doppelte oder so. Dann verdient er halt eine Million oder sowas. Dann musst du das halt machen. Okay, was ist denn, wenn, ich spekuliere mal jetzt ins Blaue, Wolfsburg gibt im Vertrag, vier Jahre, fünf Jahre, also wir reden jetzt wieder von Benze und verleiht ihn für ein Jahr zurück an Hertha. Umsonst. Gott, das ist ja furchtbar. Das sind genauso. Du, was du wolltest, wenigstens nur ein Jahr spielen, kann sich hier ein Jahr zeigen, aber muss dann nach Hertha was vorgehen. Aber der Verein profitiert halt überhaupt nicht. Ja, du hast aber gerade noch gesagt, du möchtest, dass er nur ein Jahr spielt für Hertha. Nee, ja, aber ich meine ja damit, er spielt ein Jahr, zeigt, was er kann und steigert seinen Marktwert und dann geht er nicht für drei Millionen, sondern eventuell für zehn, weißt du. Du kannst nicht nach drei spielen, er hat ja bisher nur angedeutet, was er kann. Also soll er nur für Hertha spielen, um den Marktwert zu steigern, um dann für teurer, also für mehr Geld verkauft werden zu können. Na, er soll für Hertha spielen, hoffentlich erfolgreich, wir steigen auf, dann kann er sich immer noch entscheiden, ey, ich bin Hertha, wie du sagst, ich will den Weg mitgehen, erste Liga spielen, wenn wir es nicht schaffen, dann kann er immer noch sagen, okay, jetzt gehe ich, aber ich habe wenigstens mal eine Saison gespielt. Du kannst ja, ohne dass du mal mehrere Spiele gemacht hast, dann kannst du ja nicht sagen, du wirst für diesen Verein alles fühlen irgendwie. Dass man es verstehen kann, natürlich, wenn ein Verein dir sagt, du spielst Champions League und du kriegst von uns, weiß ich, zwei Millionen Euro im Monat, ist ja wohl klar, dass man es verstehen kann, aber dann kannst du aber nicht sagen, blau-weißes Blut. Willst du dann dieses sich in die Kamera stellen und sagen mit tränen in Augen, ich liebe euch alle und so, das stimmt doch alles dann nicht. Also gerade, wenn du so jung bist und hast es noch überhaupt nicht gezeigt, dann sorry, ey. Also ich meine, ich rede über Ivo mehr als über... Benze abzusprechen, finde ich jetzt... Ich rede eher über... Aber gerade Benze, die ganzen Dardais, der Vater hat die ganzen Rekordspieler bei Hertha, die selber haben die komplette Jugendlicht auch in der Hertha. Ich sage doch, ich sage doch, ich rede über Ivo Maser. Bei Benze Dardai, da kann ich es schon eher verstehen, weil ich auch glaube, er hat jetzt nicht so die Perspektive gesehen bei uns, weil es halt auch unsicher ist. Also ich kann es auch nicht sagen, ob Benze Dardai jetzt derjenige ist, der Großkarriere macht. Und deswegen, ich sage ja die ganze Zeit, ich kann es total gut verstehen. Ich kann auch Ivo Maser verstehen, wenn er nach Stuttgart geht und sagt, ey, ich streiche jetzt das Geld ein und ich probiere die Chance zu nutzen. Aber ich kann halt nicht verstehen, wie man dann sagt, ich bin Herthana durch und durch, weißt du? Das ist halt... Das widerspricht dem dann halt irgendwie. Also entweder du bist Herthana durch und durch und sagst, okay, ich bleibe noch eine Saison und guckst mir an oder du wechselst halt. Das ist ja auch völlig okay. Aber mich regt ja immer nur auf dieses, oh ey, dann stellst du dich noch hin und machst noch so ein tränenreiches YouTube-Video und tust so, es tut mir so leid, aber ich musste gehen, weil mir bliebt nichts anderes übrig. Doch, natürlich bleibt hier was anderes übrig. Du hast bisher nur... Nee. Doch. Du sprichst ja auf Christensen an und Christensen wurde... Ja, aber das ist ja... Nein, es ist ja was anderes. Ich meinte jetzt eher nicht bei Christensen. Christensen wollte wahrscheinlich sogar bleiben. Der hatte ja auch, glaube ich, einen ganz guten Vertrag. Jessic spiele ich zum Beispiel an, dem man es auch nicht absprechen kann, weil Jessic verstehe ich, dass er den Schritt gemacht hat. Es war eine gute Chance. Er hat aber auch... Da verstehe ich sogar noch viel mehr. Ja, weil er hatte einen Kreuzbandriss und er hat auch ein paar Anläufe bei uns gespielt, ja. Aber... Zwei Kreuzbandrisse. Du weißt doch, was ich damit sagen will. Also deswegen... Also du verstehst ja eigentlich meine... Ich glaube einfach, dass Benze oder auch Maser, wenn sie gehen würden oder wenn sie dann weg sind, sie trotzdem jeden Samstag sich hinsetzen und dann... Oder jeden Samstagabend sich hinsetzen und den Sportstag gucken, um Hertha zu sehen. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Das kann ich ja vorstellen. Das ist ja auch okay. Der wird ja auch immer... Es wird auch immer sein Heimatverein bleiben. Der ist in Berlin geboren. Und trotzdem sage ich, wie gesagt, ich rede nicht über Benze Dardai, sondern über Ivo Maser, der... Ja, aber auch der wird, wenn er nach Stuttgart wechseln, sollte... Herthana bleiben. ...Herdaspern gucken. Ja. Naja, egal. Wir werden... Wir werden... Ist ja auch richtig, aber wie gesagt, ich sage, wenn du sagst, das ist... Dieser Verein liegt ja so am Herzen, da musst du nicht mit 18 Jahren, bevor du für diesen Verein jetzt... Den Wert, den... Du wurdest ja ausgebildet in dem Verein. Dann kannst du auch mal ein bisschen mehr Wert bringen. In der Fußball... Nee. In der Fußballgesellschaft heute kriegst du das meiste Geld, die geilsten Verträge, wenn du noch so 16, 17, 18 bist, richtig geil, ein roh Diamant bist und der erste Profi bist. Der erste Profi, vertraut tatsächlich, da kriegst du mit am meisten Geld. Wenn du so jung bist, wenn du jetzt 21, 22, 23, so wie Martin Dardai, dann kriegst du nicht mehr das gleiche Geld. Dann bist du halt schon ein standender Profi, konntest du... Jeder Verein, der dich jetzt kauft, als 16- bis 18-Jähriger, denkt ja, oh, jetzt hab ich den nächsten Liga oder den Messi da an der Leine und wer weiß, der könnte ja ein riesig großer Spieler werden. Aber das stimmt doch so nicht. Guck mal Freiburg, wir haben auch eine geile... Jeder neue... Und... Wir holen uns einen Spieler von Arsel von 18-Jährigen oder einen Christensen mit 17 Jahren und denken, oh, geil, 17, wird unser nächster Supertalent werden, hat schon ein dänische U19 mit U23 gespielt, der wird bestimmt... Die machen es doch genauso. Also wir alles rum denken ja genauso. Wir haben einen Jungschen. Wir haben jetzt einen, keine Ahnung, einen Tabakowitschuh mit 29 Jahren. Da weiß jeder, okay, der wird jetzt hier vielleicht zwei, drei geile Jahre spielen, im Best Case, wird von mir als Vorschungskönig und dann ist er mit 32, tritt er zurück. Wir werden ihn aber nie wieder verkaufen können für Geld. Das sage ich ja auch nicht. Ja, wahrscheinlich. Natürlich machen wir das auch, aber ich sage ja, du kannst dann als Spieler dich nicht hinstellen und immer sagen, ich habe es doch schon 80 Mal gesagt, du kannst aber nicht sagen, ey, ich bin Herr Tana durch und durch, mir tut das alles so leid, weißt du? Das meine ich ja, weil es gibt ja auch den anderen Weg. Du kannst ja auch dich, wie gesagt, machen ja viele Mannschaften auch so, kleine Mannschaften, auch gerade in der Bundesliga irgendwie, die eine gute Jugend haben, die stellen die Spieler auf, die spielen, kassieren Mehrwert, die kriegen eine Ausstiegsklausel, dann gehen sie und das ist der Berliner Weg, der irgendwie so oft beschrieben wird. Und wenn du sagst, also auch als Spieler, aber auch als Spieler kommittest du dich ja dann irgendwie und dann musst du halt das auch schaffen, dass die Spieler und auch die Berater, vielleicht auch die Eltern dann sagen so, ja, okay, cool, spiel mal da noch ein Jahr oder zwei. Aber genau das ist passiert vor der Saison mit Benze. Er wollte vor der Saison schon weg und er hatte vorher schon angeboten, weil sie nein, ich glaube, es sind Jahre alt. Du gehst immer auf Benze zurück. Okay, Ivo. Ivo Maser. Auch Ivo hatte angeboten, um Sommer gehabt, zu gehen. Und er hat ja praktisch einen Vertrag verlängert bei uns. Genau. Er hat einen Vertrag verlängert und dann ist es halt genau... Puff, was hat er unterschrieben? Das liegt ja, es liegt natürlich ja auch an uns. Das muss man ja auch sagen. Man kann nicht nur sagen, Ivo Maser, es liegt ja auch an Benni Weber, dann die Argumente zu finden, so jemanden zu überzeugen und zu sagen so, ey, komm, bleib mal noch hier. Wir verändern deinen Vertrag eventuell. Mach das mal bitte. Komm. Und dann kannst du auch... Haben wir noch gemacht? Und dann kannst du ja sagen, ey, pass mal auf hier, Berliner Weg. Du bist doch hier, wir haben alles gemacht. Komm, mach mal. Du kriegst eine fette Ausstiegsklausel mit fett dotierten Handgeld. Wenn du gehst, alles gut, aber spielen wir noch eine Saison. Haben sie beide gemacht. Beide hätten vor der Saison gehen können. Sowohl Maser als auch Benzer. Ja, ich glaube, du wirst mich nicht verstehen. Oder du willst mich, glaube ich, auch nicht verstehen, weil du Ivo Maser halt über alles liebst und ist ja auch okay, wie gesagt. Ich meine es ja gar nicht persönlich so, sondern ich meine nur grundsätzlich, dass dieser ausgerufene Berliner Weg da natürlich irgendwie dann auch ja, eventuell dann scheitert, weil das, ich finde, das ist ja genau der Fehler, den du eben nicht machen darfst. Du darfst halt keinen 18-Jährigen gehen lassen, bevor der halt einen Mehrwert erzeugt hat. Wenn du den für 4 Millionen oder 3 Millionen unterschreibst. Richtig, ja, wenn er den Vertrag unterschreibt. Aber du sagst ja, einerseits musst du dann vielleicht auch so einen Vertrag aufsetzen, wenn du sagst, es ist so ein Juwel, dass du sagst, nee, wir lassen dich jetzt nicht gehen. Wir wissen, du wirst sehr, sehr viel mehr wert sein. Ne? Könntest du ja auch machen. Also, wenn er einen Vertrag... Und wenn er dann sagt, nee, will ich aber nicht? Der ist ein 18-Jähriger. Was, glaubst du, wenn er sich freistreikt mit 18 Jahren, dass das gut ankommt? Dieser Freistreik. Er hatte ein Jahr Vertrag. Benzedadei, hatte nur ein Jahr Vertrag. Ich rede über Ivo Maser. Ich rede doch über Ivo Maser. Du hast das verlängert. Ja, aber wenn er jetzt gehend, wenn er jetzt zu Stuttgart geht, könntest du ja als Herber... das war der Deal im Sommer. Pass auf, Ivo, du bleibst noch ein Jahr hier, spiel ein Jahr mit uns, lass uns gucken, dass wir den Berliner Weg gehen, lass uns ein Jahr zocken hier, wir werden gucken, dass wir aufsteigen, guck dir das noch ein Jahr an, du kriegst einen Vertrag, hier hast du dir, was du haben möchtest oder möglichst nah dran. Vor dieser Saison meinst du jetzt? Wenn du, genau, vor der Saison, und wenn du nach dem Jahr immer noch weggehen willst, dann kriegst du von uns die Genehmigung und dann darfst du gehen für die Summe X. So, jetzt ist es ein Jahr um oder bald ist es ein Jahr um und jetzt muss man sich an der Worte auch halten. Kannst du nicht sagen, nee, jetzt bleibst du trotzdem hier. Das ist ja noch viel schlimmer, der war doch ein halbes Jahr verletzt, also der konnte ja gar nicht spielen. Das konnte man ja vorher nicht wissen. Das wusste weder Ivo, noch der Verein wusste das vorher, dass er sich jetzt verletzen wird. Ja, was soll ich dir sagen? Ja, was soll, da gibt, man kann es nicht sagen, man kann halt, nur seine beiden Meinungen äußern. Ich bleibe dabei, dass ich das schwierig finde. Ich würde auch, ich würde, ich würde auch da als Verein sagen, sorry Ivo, ja, wir haben dir damals gesagt, wenn du eine Saison spielst, dann kannst du gehen, aber für so wenig Spiele, mit dem, in dem Alter würde ich sagen, nee, sorry, du bleibst, du hast Vertrag. Nächste Saison kannst du gehen, bitte, aber das machst du einmal, das spricht dich rum, dass Hertha seine Absprache nicht hält und dann kommt keiner mehr bei uns zum Profi vertraut, das sage ich nicht. aber du musst doch, aber auch, ich meine, es ist schwierig, es ist wirklich jetzt eine schwierige Situation, weil der Berliner Weg, ich meine, guck mal, stell mal vor Benze gehen, dann Ivo Maser geht nach Stuttgart, was macht denn Pascal Clemens, der ist dann irgendwie der, der sagt, okay, zwei sind weg, Ivo Maser mit der Talent, der Typ mit dem meisten Talent, ich habe auch Megatalent, ja, was passiert denn jetzt hier, wenn der jetzt einfach geht, ich habe auch ein Angebot, gehe ich. Wenn er das hat, also er wird es bestimmt haben. Dann hast du aber deine gesamten, das ist ja genau das, was wir immer schon irgendwie verpeilt haben, unsere Juwele für das angemessene Geld dann irgendwann verticken zu können, dann ist es schlecht. Aber diese Juwele kanntest du vor einem Jahr noch nicht mal. Lass da mal jetzt die alle verkaufen, die verkaufen jetzt, ich spinne jetzt mal, ich verkaufe jetzt einen Clemens für 6 Millionen, verkaufe einen Maser für 4 Millionen, ein paar, äh, Benze geht leider so, wir verticken noch, keine Ahnung, Winkler für eine Million. Martin, das ist für mich kein Jugendspieler mehr, in dem Sinne, das ist meines von den Leuten, die letzte Saison hochgekommen sind, oder halt nach der Reihe zurückgekommen sind. So, jetzt kriegst du dafür, für alle 5, 6 geilen Jugendspieler kriegst du 20 Millionen. Damit hast du den, den Kader zu 70 Prozent für die ganze Saison bezahlt. Und dann kommen bei den nächsten, da kommt ein Julius Gächter hoch, da kommt ein Strassener hoch, dann kommt ein, Ja, aber dann kannst du doch nicht im Ernst, dann kannst du doch aber nicht im Ernst sagen, okay, nächste Saison müssen wir aufsteigen, du musst doch alles dafür tun. Das wissen wir ja nicht so. Ich weiß ein Beispiel. Ja, okay, weil, also das wäre dann, dann wirst du es nächste Saison auf jeden Fall nicht schaffen, weil du musst ja genau diese Spieler, die die Qualität haben, eigentlich unbedingt halten, um nächste Saison, um den Aufstieg zu machen. Aber das war schon wieder schön. Ja, aber dann wirst du es nicht schaffen. Das ist, Ja, aber da kaufst du ja auch wieder neue Spieler ein. Da kaufst du vielleicht einen neuen Spieler, der dir Fabian Reze einschickt. Klar, wirst du nicht 11 Granaten kaufen, ist mir völlig klar, aber wenn du von, von sechs Spielern, die du kaufst, wieder einer richtig einschickt, hast du wieder einen guten. Ja. Und Fabian Reze wird nächste Saison bleiben. Und ich glaube auch, dass ein Gächter nächste Saison bleibt. Clemens nächste Saison bleiben wird. Okay. Das ist schon zwei Leistungsträger. Das ist halt schwierig, wenn wir jetzt wirklich, wenn es so ist, dass wir unbedingt aufsteigen müssen. dass es so ist, wie es ist. Ja. Ja. Also ja, ich habe mich jetzt ein bisschen, ein bisschen in Rage geredet, tut mir leid. Das muss dir nicht leiden, das ist total geil, Alter. Ich küsste es ja genauso an. Ich möchte ja auch mit Maser nächste Saison spielen und ich will auch mit Benz nächste Saison spielen. Aber, wenn es nicht geht, dann geht es halt leider. Dessen werde ich jetzt nicht nicht härter sein oder nicht mehr an den Berliner Weg glauben. Mich kotzt vielmehr an, dass Benz ablösefrei wechselt und wenn wir für Maser wenigstens unsere vier bis sechs Millionen kriegen sollten, finde ich es auch schade. Aber ich finde es richtig, das so zu machen. Benz ablösefrei, das ist Kacke. Das ist eigentlich die Scheiße, die nicht passieren darf. Und wie gesagt, wir werden jetzt sehen, was für Ivo dann rumkommt. Ist ja auch noch gar nicht klar, dass er geht. Also es ist ja im Endeffekt eine Diskussion, die sich vielleicht auch erübrigt. Klar, wenn die Ablöse stimmt, dann musst du irgendwann sagen, okay, das ist wirtschaftlich erklärbar. Aber wie gesagt, also für drei, vier Millionen Ivo Maser zu Stuttgart gehen zu lassen, wenn du sagst, dem gehört die Zukunft, dann ist das schwierig. Wenn Stuttgart ihn dann eventuell drei Jahre später für 30, 40 weiterverkauft, dann denkst du dir dann schon wieder mal so, oh Mann, ey. Auch dann kriegst du dann Weiterverkaufsbeteiligungen. Also auch dann kriegst du ja wieder Geld. Also ich finde es, wie gesagt, schwierig. Wir werden sehen. Ja, wir sind es auch. Vor allem, wenn Tom Herrich hat ja gesagt, der Aufstieg nächste Saison ist, was hat er gesagt? Unabdingbar oder sowas? Wirtschaftlich gesehen? Das glaube ich nicht, dass er es öffentlich gesagt hat. Das halte ich für ein Gerücht. Irgendwo hat das, ich habe es irgendwo gelesen auf jeden Fall. Dann wäre es auf jeden Fall. Vielleicht habe ich dir das gesagt. Vielleicht hast du auch du es gesagt. Aber dann wäre es, dann wäre es ja noch schlimmer irgendwie, weil also du kannst jetzt, wenn du die besten Spieler alle vertickst, dann, dann wirst du nächste Saison halt auch wieder da stehen und sagen so, ey, ja kacke, irgendwie, warum spielen wir immer noch so unkonstant? das wird dann aber auch so bleiben. Da muss man sich auch damit abfinden irgendwie, dass Hertha dann eben erstmal den Weg gehen muss. Was ja auch okay ist. Also, zweite Liga hat mir, wie gesagt, bisher großen Spaß gemacht, irgendwie, auch wenn ein paar richtig schlimme Spiele dabei waren. von mir aus können wir auch noch zwei, drei Saison spielen. Wenn der finanzielle Druck nicht wäre, hätte ich kein Problem, damit zweite Liga zu spielen. Ich finde die besser als die erste Liga. Und wenn jetzt noch Köln runterkommen sollte und Dynamo Dresden aufsteigen sollte, wird es ja eher noch attraktiver als unattraktiv und Hamburg vielleicht nicht den Aufstieg schafft, also der HSV den Aufstieg nicht schafft, der wird jetzt nicht weniger spannend nächstes Jahr. Aber du hast halt den finanziellen Druck, der in der ersten Liga so viel höher ist, so viel um Klasse und besser ist und wenn du Schulden hast, ist es eigentlich umso wichtiger, um mitzuspielen. Und dann musst du halt lieber gegen Wolfsburg, Hoffenheim, Leipzig, Darmstadt, Heidenheim spielen, Union, ich wollte mal witzig sein, als gegen Traditionsvereine. Ja, ich noch mal. Leider kein Wunschkonzert. Leider kein Wunschkonzert, ja, also es wird mega spannend und ich meine, was krass ist, dass ja das jetzt alles in den nächsten Wochen eigentlich passieren wird. Also, ich gehe mal davon aus, dass so eine Maser Wechsel, ja oder nein, was mit Pal, bleibt der, geht der, das muss ja eigentlich alles jetzt beschlossen werden, um halt die nächste Saison dann irgendwie auch zu planen, um zu sagen, so okay, jetzt wenn du einen neuen Trainer hast, dann musst du das jetzt ja im Endeffekt, muss dieser Trainer ja dann auch sagen, okay, mach mal hier, den will ich auf jeden Fall haben, den will ich behalten, den will ich nicht haben, irgendwie, das muss ja jetzt im Endeffekt passieren und nicht wieder erst, vielleicht ist es ja schon passiert, vielleicht ist es ja schon passiert, genau, und wer weiß wann es, ey komm, jetzt sag es, wenn du was weißt, schüttel, 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 das Thema ist doch immer, das Thema ist doch immer das gleiche, wenn ich jetzt erzähle, Jürgen Klopp wird nächste Saison Trainer bei Hertha, was für eine Überraschung, dann würde derjenige, der mir erzählt hat, dass Jürgen Klopp nächste Saison Trainer wird, mir nie wieder irgendwas erzählen, Joos, was, Joos Luhai, definitiv nicht, das kommt weg, definitiv nicht, ja, okay, also wir werden es sehen, wie geht es denn jetzt weiter am Wochenende, glaubst du, es wird ein Auftritt voller Lust auf Wiedergutmachung oder wird es ein Auftritt lustlos, ein bisschen Angst, Hertha ist für mich nicht lustlos, Hertha ist für mich immer fordernd, also die Mannschaft, Hertha ist für mich nicht lustlos gewesen, sondern die war völlig verfordernd gewesen, ein Unterschied, ich glaube, solange es weiterhin rechnerisch möglich sein wird, wird Hertha mit der Mannschaft alles versuchen, um irgendwie noch anzugreifen, natürlich sinkt es vom Wochenende zu Wochenende völlig klar und wahrscheinlich wird es auch schon viele geben, die nicht mehr dran glauben, aber was willst du machen, willst du das verwalten, würdest du sagen, oh super, wenn wir halt Hälfter oder Zehter oder Neunter, ne, auf gar keinen, wenn du auf dem Spielfeld stehst und aufläufst, 50.000 Menschen die Höhne singen, dann hast du Bock zu spielen, dann willst du das Spiel gewinnen und dann ist es ein Jahr, ob es nachher nur um Platz 9 geht im Endeffekt, dann ist es halt so, aber gewinnen wir trotzdem. Und du gehst auch davon aus, dass wir mit einem anderen Drive aufs Feld gehen oder glaubst du, die Mannschaft ist verunsichert nach dem letzten Spiel und Oh, Sarah ist drin, Mensch, das ist ja richtig eine Promibesetzung hat hier. Ja, aber richtig, ey, Sarah, das gibt es doch wohl nicht. Sarah guckt sich das immer heimlich an und jetzt kann sie aber sich einfach nicht mehr zurückhalten, weil es ihr einfach so auf der Seele brennt. Sarah, Sarah vom Präsidium. Ach so, ich dachte, unsere Sarah, Mensch, nein, nein, das ist ja Sarah. Das ist ja Doppel-R betont. Ja, aber sind ja beides Promis, also ich wüsste nicht, wer jetzt mehr Promi nennt ist, Sarah oder Sarah. Sarah ist eine geile Säure. Beide sind geile Säure, sagen wir es so. Okay, das sind beides geile Säure. Beides sind geile Säure. Ja, ähm, also, von was gehst du aus? Ähm, eine Mannschaft, die ein bisschen verunsichert ist jetzt? Oder glaubst du, es wird mit breiter Brust rausgegangen? Ich glaube, dass, äh, die werden versuchen, das Spiel wieder zu winnen. Die werden mit Intuosismus starten. Die ersten 15 Minuten werden wieder entscheidend sein, wie das, äh, alles laufen wird, der Spieltag. Gibt's einen Wechsel? Ich glaube, das ist, äh, spielt Martin von Anfang an gegen, ja, spielt Martin in Verteidigung? ich glaube tatsächlich, ich glaube tatsächlich, dass Toni so langsam, ähm, raus gehört. Also, weißt du das nächste Mal, dass er die Startelf-Chance bekommen hat? Letzte Woche war okay gewesen, aber diese Woche war ja schon wieder super schlecht gewesen. Und ich denke so langsam, der, äh, die Wachablösung mit Gächter ist vollzogen und dann wird Martin auch in der EV spielen. Auch voll verdient. Also, das wäre auf jeden Fall absolut, äh, nachvollziehbar. Äh, vor allem, wenn, also wenn Pahls wieder so begründet, das fand ich ja von Pahl richtig schwach, diese Begründung, äh, äh, gegen Kiel irgendwie, ja, hier, äh, bis zur Halbzeit sahen wir gut aus. Dutzi ist reingekommen, äh, die Mannschaft hat zweite Halbzeit dann verspielt, also muss man sagen, die Leute in der ersten Halbzeit haben cool gespielt, der reingekommen ist, der hat nicht gut gespielt, auch wenn Dutzi es nicht war, die Mannschaft bleibt. So hat er es ja erklärt in der PK. Fand ich sehr merkwürdig, diese Erklärung. Und das hat er aber trotzdem nicht war, war gespielt. Genau. Äh, deswegen, also ich hoffe, dass Martin in Verteidigung spielt. Und, äh, eigentlich würde ich auch hoffen, dass Dutzi eventuell reingeworfen wird. Würde ich auch gerne sehen. Ähm, ansonsten glaube ich, wahrscheinlich, weiß ich nicht, Tabakovic, weiß ich nicht, ist, ist er verletzt, wird er spielen können. Weißt du da was? Nein. Keine Ahnung. Also, Knie war dick. Ich verstehe auch nicht, warum er gespielt hat. Also, es wird ja so gelaufen sein, dass er sich bei Warnbach verletzt hat. Ja. Knie wurde dick, es wurde bang, äh, bang schiert. Und der wird Palin gefragt haben, wie sieht es aus? Kannst du, kannst du nicht. Und er muss ja ja gesagt haben, deswegen hat er gespielt. Warum hat er schon? Du hast ja schon nach zwei Minuten gesehen, dass er, ja, du hast ja, du hast gleich gesehen, dass es nichts wird. Gleich gesehen, der läuft nicht rund. Ja. Der ist so, immer so ein bisschen, so leicht gerumpelt und den Sprint hat er immer erst mal mit drei, vier Schritten Anlauf gestartet. Ja. Also, ich glaube, es war für ein paar auch nicht gut, wenn er sagt, ich bin Fünd, lass mich spielen und dann sieht es eben nicht so aus, als dass du fit wärst. Das ist ja auch scheiße. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann eine kleine interne Ansage gab. Das ist ein bisschen in den Arsch gepustet, Karl. Das glaube ich auch. Aber, warum hat dann Ibo überhaupt nicht von Anfang an gespielt? Für wen? Warum Ibo gegen Pauli nicht von Anfang an in der Startelf statt? Ja, für wen? Also, statt dem. Sag du es mir. Also, wen hättest du? Palko Dara? Ibo war lange verletzt. Du kannst, du kannst, ja, Palko hat der rechte Spiel, aber, nee, der hätte zentral gespielt, der hätte recht gespielt, wenn Maser gespielt hätte. Du bist halt lange verletzt. Ne, Palko hat zentral gespielt. Auf der 10. Ja, klar. Aber er hätte rechts gespielt, wenn Maser gespielt hätte. Dessen sage ich ja, du hast recht, er hat zentral gespielt. Es gibt eine Trainingsteuerung. Das heißt, du versuchst, die Körper zu überwachen, zu bemessen, wie viel ist möglich. Und du kannst nicht von null, also von einem halben Jahr Verletzungspause, ich rede jetzt nicht von Reha, sondern, oder von einem Aufbautraining, sondern, wie ein Spielgeschehen ist, von anderes als Training zu machen, kannst du nicht jetzt plötzlich anfangen, jedes Spiel von Anfang anzuspielen. Ich bin mir sicher, er wird gegen Schalke wieder von Anfang an spielen. Gegen Kiel? Vielleicht beim nächsten Spiel wieder nicht. Obwohl, Dennis ja Länderschefhauser, der könnte ja schon sein, dass er auch zwei Spiele in Folge wieder von Beginn an spielen. Gegen Kiel hat er angefangen, oder? Die ersten 60 Minuten. Gegen Kiel hat er angefangen, genau. Jetzt musste er runter, musste eingewechselt werden und jetzt wird er das nächste Spiel wieder von Beginn an spielen. Okay, meint es das klar? eine reine medizinische Sache. Das hat nichts mit können oder mit Laum oder weiß ich nicht was zu tun. Das wäre ja nachvollziehbar. Das wäre dann wahrscheinlich sogar so, dass man sagt, okay, völlig cool. Ja gut, dann werden wir mal sehen, was draus wird. Ich glaube auch, dass wir mal wieder eine andere Hertha sehen. Ich gehe davon aus, dass wir Schalke schlagen werden, dass es ein gutes Spiel wird mal wieder. Davor dachte ich ja eigentlich, wir sehen gegen Pauli richtig gut aus und verkacken gegen Schalke. Das war ja meine Prognose. Ich habe es auch gedacht, ja. Jetzt ist es genau andersrum gekommen. Hoffen wir mal. Hoffen wir es mal. Jetzt wird es genau andersrum gekommen sein. Hoffen wir genauso. Hoffen wir genau so, oder? Nee, Futur 2. Futur 2. Dass es so rumläuft. Gut, mein Hase. Ey, es hat mich total gefreut, dass wir das heute geschafft haben, so völlig spontan es doch hier reinzuwerfen. Sehr geile Loge. Am Freitag nicht? Doch, können wir gerne machen. Mal schauen, ob es noch vielleicht... Ich frage. Von mir aus sehr gerne. Lass mal erst mal abwarten. Ich hoffe ja immer noch, dass Freitag eventuell, dass ich ins Labor kann und der Test schnell fertig ist und ich negativ bin. Das wäre ein Traum für mich. Und dann würde unser Date noch stehen? Naja, also dann würden wir auf jeden Fall was machen können. Wenn ich positiv bin mit dem Virus, dann können wir uns halt nicht treffen. Das ist klar, aber wenn du negativ wärst, dann steht auch trotzdem unser Treffen am Freitag nicht. Dann würde es doch, wenn ich negativ wäre, wenn es der Ergebnis Freitag halt fertig ist. Es ist halt alles sehr spekulativ. Wenn, wenn, wenn. Ich muss erst mal das Ergebnis haben, aber wenn ihr dann noch zu haben seid, wäre ich auf jeden Fall bereit. Ich habe so dermaßen Bock, mir ein paar Mollen reinzuschießen. Das habe ich ja durch die Kids schon lange nicht gekonnt. Ich habe mich so gefreut auf Freitag. Deswegen, also ich bin bereit. Aber du hast jetzt diese, ich kannte diesen Virus nicht. Wollen wir den benennen hier oder nicht? RSV habe ich schon. Respiratorisches Virus. Man kann ja auch Viren haben, die jetzt nicht schlimm sind. Weiß ich nicht. Ich kenne ihn nicht, wie gesagt. Das ist schlimm. Also meinst du, wenn wir da jetzt sitzen und draußen sitzen und was essen, dass du uns dann ansteckst? Wenn wir draußen sitzen, wäre es gut, aber draußen wird es sehr kalt. Das würde ich, und ich würde das nicht, also das würde ich nicht machen. Der Virus ist schon richtig scheiße. Also da geht es ja schon richtig schlecht. Kann, wie gesagt, im größten Teil gut. Bei Erwachsenen unangenehm. Seitdem sind 17 Grad. Ja, 18 sogar habe ich gehört. Das ist geil. Aber positiv würde ich es nicht machen. Da bin ich zu lieb. Zu lieb. Und... Okay. Also wenn es, also ich gehe mal davon aus, wenn ich, das ist ja, das ist ja bei so einem Virus immer so der Anfang, weißt du? Oder ist vielleicht, also am Wochenende war ich schon mega fertig. Vielleicht habe ich auch Glück und ich habe das so ohne Fieber oder so jetzt durchgemacht und bin raus. Dann wäre es cool, aber... So was willst du nicht haben, sage ich mal. So was willst du nicht haben und das würde ich auch nicht wollen, dass ich dich anstecke, oder Tom? Okay. Aber wenn ich negativ bin, bin ich der Erste, der sagt, ey, habt ihr, habt ihr, seid ihr noch frei? Lass uns mal was trinken geben. Vielleicht telefoniert, vielleicht bekommen. Deswegen frage ich jetzt schon mal. Ja, mach es. Ich habe auch schon mit ihm Gesprach nachrichtet. Er hört sich sehr fertig an, überhaupt. Tom, wenn du noch hier bist, Küsschen geht raus. Er ist richtig krass gejet-black, glaube ich. Und die Geschichte, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ja, es liegt ja nicht alles gut im Rückflug, sagen wir mal so. Hab schon gehört, ja. Oder nicht alles glatt. Okay, du hast gehört. Okay, gut, okay. Ich habe schon gehört, wird schon alles. Also, ihr Süßen, ich würde sagen, hao hee, lasst uns dabei belassen. Hau hee. Und hoffentlich geht alles gut. Bis dann, nie. Tschüssi. 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 Tschüssi.